Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Nachdem wir ja im vorletzten Teil den Pinsel kennengelernt haben, werden wir den jetzt ein bisschen kombinieren mit Sachen, die wir schon gemacht haben. Und ihr merkt halt, wir bauen so Stück für Stück unser Wissen zusammen. Das ist das Tolle. Man kann das alles kombinieren, was wir jetzt gelernt haben und damit neue Ergebnisse schaffen. Hier habe ich ein Bild und dort werde ich jetzt zunächst einmal diesen Anpassungsfilter für die Tonwertkorrektur anwählen. Und ihr wisst ja noch, da konnten wir hier den Weißanteil erhöhen. Das mache ich mal. Ich übertreibe hier ein bisschen. Ich hätte gern den Strand nämlich ein bisschen schöner. Und ihr seht jetzt ist hier ein deutliches Schwarz drin und der Sand auch schön hell. Das einzige Problem ist, die Wolken, die fand ich eigentlich ganz gut, so wie sie waren. Die sind aber jetzt mit von diesem Filter betroffen, weil dieser Filter sich eben komplett auf das Hintergrundbild auswirkt. Ich möchte aber, dass das nur hier unten in dem Bereich stattfindet und die Wolken da oben eigentlich so bleiben, wie sie im Originalbild waren. Und dazu kann ich jetzt diesen Malpinsel verwenden. Und wir erinnern uns, wir hatten ja diese Masken, mit denen man malen kann. Und ich male jetzt auf der Ebene des Anpassungsfilter für die Tonkorrektur. Ja, hier mit einem großen Pinsel, einer Deckkraft von 100%, dem Fluss 100% und der Härte 100%. Und vor allen Dingen mit der Farbe Schwarz. Denn überall da, wo Schwarz ist, wird quasi der Effekt weggenommen. Das haben wir ja schon kennengelernt bei den Masken, nur die weißen Teile kommen durch. Und wenn ich jetzt hier mal reinmale, dann seht ihr auch, wie dahinter der Originalhimmel eigentlich schon wieder langsam entsteht. Denn der schwarze Bereich, der ist durchsichtig. Alles, was ich jetzt hier schwarz gemalt habe, und ihr seht, hier ist so eine Maske erschienen. Das Schwarze ist durchsichtig und zeigt die darunterliegende Ebene im Original an. Und auf alles andere, was hier weiß ist in dem Bild, wirkt sich dieser Anpassungsfilter der Tonwertkorrektur aus. Ich klicke hier mal doppelt drauf und wir übertreiben nochmal. Schaut mal, den Strand kann ich komplett weiß ziehen und ihr seht hier diese harte Kante, die ich erzeugt habe. Da ist der Pinsel gewesen. Hier in diesem Bereich, und ihr seht, wenn ich das hier reinmale, male ich schwarz und dadurch kommt das Originalbild zur Geltung. Also nur in dem weißen Bereich, der übrig geblieben ist, wirkt der Anpassungsfilter. Und da wir hier unten so harte Kanten haben, kann ich natürlich auch hier mit weiß hingehen und dann hier die Härte mal ein bisschen runtersetzen und hier so eine weiche Kante reinzeichnen, um das wieder zu korrigieren und hier diesen Horizont ein bisschen schöner durchstreichen zu lassen. Muss ich ein paar Mal so drüber malen und vielleicht auch nochmal mit dem Schwarz wechseln. Ihr könnt hier mit der Taste X das vertauschen und dann hier nochmal auf Schwarz umstellen. Und dann seht ihr, können wir diese Maske, die wir gemalt haben, den schwarzen Bereich also hier sauber anpassen und nur der weiße Bereich ist betroffen. Und natürlich können wir hier diesen Filter wieder verändern. Aber ihr merkt, wie schön das ist, dass man diese Masken verwenden kann, weil man mit den Farben Schwarz-Weiß im Grunde genommen dem Computer sagt, an der Stelle wirkt der Filter und an der Stelle halt nicht. Da, wo er schwarz ist, wirkt der Filter nicht und da, wo er weiß ist, soll er Auswirkungen auf das darunterliegende Bild haben. Wunderbar, damit könntet ihr tatsächlich auch einzelne Bereiche einfärben zum Beispiel, denn es gibt hier auch einen Anpassungsfilter, der nennt sich Umfärben. Und damit kann ich hier Bereiche umfärben lassen, wenn ich also diesen Himmel hier zum Beispiel in diesem kompletten Blau haben will. Der Rest soll aber nicht davon betroffen sein. Na, dann nehme ich mir diesen Malpinsel mit hier einer großen Größe und male jetzt auf der Ebene hier, mache ich auch nochmal hier den Härtegrad, so auf 95 Prozent. Und jetzt male ich hier unten in diesem Bereich halt rein, wo der Filter nicht wirken soll. Und ihr seht, das klappt wunderbar. Muss man nochmal ein bisschen sauberer ausarbeiten. Und auch hier haben wir jetzt eine Maske. Hier ist alles blau und alles, was weiß ist in dem Bild, das geht zum nächsten Filter. Hier kommt die Tonwertkorrektur und dann kommt der Hintergrund. Also wunderbare Art und Weise, mit Ebenen so tolle Sachen zu machen. Und deswegen ist Affinity da wirklich hervorragend geeignet, um Bildmanipulation, Bildveränderung, Bildverbesserung durchzuführen. Und das eben auf einzelne Bereiche des Bildes oder einzelne Personen oder nur das Gesicht zum Beispiel. Wenn man ein Porträt etwas heller haben möchte oder einen anderen Hautfarbton haben möchte, dann kann man es hier ganz genau einstellen. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Masken versteht, die wir ja ganz am Anfang schon behandelt haben. Aber ihr merkt, es wiederholt sich auch alles nochmal so ein bisschen. Und keine Angst, wenn ihr an einer Stelle im Kurs was nicht verstanden habt. Ich erkläre es immer so, dass man es vielleicht beim zweiten Mal dann versteht. Und irgendwann ist einem klar, dass das so einfach so eine Funktionsweise ist. Ja, die hat man dann irgendwann drin. Und dann weiß man eben, wie diese Dinge funktionieren. Seid nicht frustriert, wenn ihr alles nicht behalten könnt. So mit der Zeit kommt das. Und je mehr man damit arbeitet, je besser klappt das auch, diese Kombination zu erkennen. Die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, herauszufinden. Und ja, irgendwann ist man fasziniert, was man alles machen kann. Und wie schön man mit Affinity Photo arbeiten kann. Aber wir sind noch nicht am Ende unseres Kurses. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir uns angucken müssen. Aber als Einsteiger seid ihr jetzt schon mächtig weitergekommen. Ihr könnt eigentlich jetzt schon anfangen, eure Bilder farblich toll aufzubereiten. Tolle Effekte schon mal reinzubauen. Und da geht natürlich noch mehr. Und das schauen wir uns gerne an.